Wir sind alle verantwortlich in diesen schwierigen Momenten. Wir müssen Verantwortung zeigen, Solidarität gegenüber der Schweizer Bevölkerung, gegenüber allen. Wir müssen solidarisch sein und verantwortlich sein, indem wir alle zu Hause bleiben, Io resto casa, und warten, dass das Coronavirus vorbei ist. Das Coronavirus hat unser Leben total verändert und wir müssen zusammenleben. Aber aus einer Krise, ich denke, es gibt auch eine Chance. Wir müssen die Chance backen, um etwas Neues zu entwickeln, vor allem für die Zeit nach der Corona. Ganz wichtig, neue Chancen, neue Perspektiven. Ja. 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 Ich habe diese Berufung, habe ich auf den Welt gefangen. Ich bin der Blu hier. Der Blu ist der Blu? Der Blu ist ja, der Blu ist. Der Blu, der Blu, der Blu, der Blu, der Blu, der Blu... ... und auch der Arco-Baleno. Ich würde mein Blu normaler Blu. Ok. Wir können uns das machen. Ich kann dir das ein Café. Volentieri, ein Espresso. Erivo. Ecconei. Qualche biscottino, un caffè, una rivista, qualcosa... No, va bene così. Perfetto. Intanto vado a preparare il colore. Certo. Arrivo subito. Grazie. Siglaló. 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 Siglaló bene. Pronti? Siglaló. 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 Untertitelung des ZDF, 2020